Untertitelung des ZDF, 2020 Aber stattdessen fahren sie nach Nordosten Zwei Meilen vom Stadtzentrum entfernt kommen sie in ein Viertel, das Billy als untere Mittelschicht einschätzt Drei bis vier Stufen besser als der Trailerpark, wo er aufgewachsen ist, aber alles andere als nobel Hier stehen keine großen, gut geschützten Villen, sondern Häuser im Ranch-Stil Mit kleinen Vorgärten, in denen sich Rasensprenger drehen Die meisten sind einstöckig und gut in Schuss, aber einige müssten frisch angestrichen werden Und auf manchen Rasenflächen breitet sich Fingerhirse aus Billy sieht ein Haus mit einem zerbrochenen Fenster, das mit einem Stück Pappkarton gesichert ist Vor einem anderen sitzt ein dicker Mann in Bermuda-Shorts und Trägerunterhemd auf einem Gartensessel von Costco oder Sam's Club Er trinkt Bier und beobachtet sie beim Vorüberfahren Eine Weile lang waren die Zeiten in Amerika jetzt gut, aber vielleicht wird sich das auch wieder ändern Billy kennt solche Wohnviertel, sie sind wie ein Barometer, und das hier ist im Sinken begriffen Die Leute, die hier wohnen, haben Jobs, bei denen man eine Stechuhr bedient McIntosh biegt in die Einfahrt eines zweistöckigen Hauses mit einem ungepflegten Rasen ein Es ist in einem matten Gelb gestrichen und ganz in Ordnung, sieht jedoch nicht wie ein Ort aus, wo Nick mit Jerrion sich niederlassen würde Und wenn auch nur für ein paar Tage Es sieht aus, als würde hier ein Mechaniker oder ein kleiner Flughafenangestellter mit seiner Rabattcoupons sammelnden Frau und zwei Kindern leben Jeden Monat seine Hypotheken abbezahlen und sich am Donnerstagabend mit Bier und Bowling vergnügen Logan zieht Billys Tür auf, Billy legt sein Comicbuch aufs Armaturenbrett und steigt ebenfalls aus McIntosh geht als erster die paar Stufen zur Veranda hoch, draußen ist es heiß, drinnen klimatisiert Nick mit Jerrion steht in dem kurzen, zur Küche führenden Flur Er trägt einen Anzug, der wahrscheinlich beinahe so viel wie eine monatliche Hypothekenzahlung für das Haus gekostet hat Sein schütteres Haar ist an den Kopf gekämmt, von Schmalzlocke keine Spur Das Gesicht ist rundlich und von der Sonne in Vegas gebräunt Er ist korpulent, aber als er Billy in die Arme nimmt, fühlt sein vorstehender Bauch sich bretthart an »Billy«, ruft Nick aus und küsst ihn auf beide Wangen, herzhafte Schmatzer sind das Im Gesicht trägt Nick ein breites, strahlendes Grinsen zur Schau »Billy, Billy, Mann, ist richtig schön, dich zu sehen« »Ich freue mich auch, dich zu sehen, Nick« Billy blickt sich um »Normalerweise wohnst du nobler als hier« Er hält kurz inne »Nichts für ungut« Nick lacht, er hat ein wohltönendes, ansteckendes Lachen, das zu seinem Grinsen passt Macintosh schließt sich ihm an, während Logan lediglich lächelt »Ich hab ein Haus im Westen, vorübergehend, betätige mich sozusagen als Haushüter Im Vorgarten ist ein Springbrunnen, auf dem in der Mitte ein kleiner nackter Kerl steht, wie nennt man sowas noch?« Eine Putte, denkt Billy, hält jedoch den Mund, er lächelt einfach weiter »Na egal, ein wasserpinkelnder Knabe halt, wirst schon noch sehen, keine Angst« »Nein, das Haus hier ist nicht meins, Billy, es ist deins« »Falls du dich entscheidest, den Job zu übernehmen« Nick führt Billy durchs Haus »Voll möbliert«, sagt er, als wollte er es an den Mann bringen, was er wohl irgendwie gerade tut Im Obergeschoss sind drei Schlafzimmer und zwei Bäder, von denen das zweite kleiner und wahrscheinlich für die Kinder gedacht ist Das Erdgeschoss besteht aus Küche, Wohnzimmer und einem Esszimmer, das so klein ist, dass man es eigentlich als Ess-Ecke bezeichnen müsste Der größte Teil des Kellers ist zu einem langen, mit Teppichboden belegten Raum umgewandelt worden Wo am einen Ende ein großer Fernseher und am anderen eine Tischtennisplatte stehen An der Decke sind Schienenleuchten angebracht Nick bezeichnet das Ganze als Hobbyraum und hier setzen sie sich zusammen Macintosh erkundigt sich, ob jemand etwas trinken wolle Zur Auswahl stünden Mineralwasser, Bier, Limonade und Eistee Ich nehme einen Arnold Palmer, sagt Nick, halb und halb, viel Eis Hört sich gut an, sagt Billy Bis die Getränke kommen, plaudern sie miteinander Über das Wetter und wie heiß es hier unten in den nördlichen Südstaaten ist Nick will wissen, wie Billys Reise war Gut, sagt Billy, erklärt jedoch nicht, wo er losgeflogen ist Und Nick fragt nicht nach Nick sagt, was soll man bloß zu diesem verfluchten Trump sagen Und Billy meint, tja, was soll man da schon sagen Das ist in etwa alles, was sie zustande bringen Aber das macht nichts, weil jetzt Macintosh mit einem Tablett kommt, auf dem zwei hohe Gläser stehen Und sobald er wieder abgezogen ist, kommt Nick zur Sache Als ich mit deinem Kumpel Bucky telefoniert habe, hat der mir gesagt, du willst dich bald zur Ruhe setzen Ich denke drüber nach Mach das Ganze schon eine lange Zeit, viel zu lange Stimmt, wie alt bist du überhaupt? 44 Und du bist im Geschäft, seit du die Uniform ausgezogen hast? Mehr oder weniger Er ist sich ziemlich sicher, dass Nick das alles weiß Wie viele insgesamt? Billy zuckt mit den Achseln Das weiß ich nicht mehr genau Es sind siebzehn Achtzehn, wenn man den ersten mitrechnet Den Mann mit dem gegipsten Arm Bucky meint, du übernimmst eventuell noch einen, wenn der Preis stimmt? Er wartet darauf, dass Billy etwas antwortet Weil er das nicht tut, fährt Nick fort Der Preis stimmt auf jeden Fall Wenn du den übernimmst, kannst du dein restliches Leben irgendwo da verbringen, wo es warm ist Kannst dich in eine Hängematte legen und Pina Colada trinken Sein breites Grinsen kommt wieder zum Vorschein Zwei Millionen Fünfhunderttausend als Vorschuss Billys Pfiff gehört nicht zu seiner kleinen Show, die er zudem nicht als solche betrachtet, sondern als feste Rolle des Einfältigen, die er Typen wie Nick, Frank und Paulie immer vorspielt Sie ist wie ein Sicherheitsgurt Den legt man nicht an, weil man einen Unfall erwartet, sondern weil man nie weiß, wer einem auf derselben Straßenseite über die Kuppe entgegenkommen könnte Das gilt auch auf der Straße des Lebens, auf der die Leute im Zickzack durch die Gegend gondeln und sich auf dem Highway als Geisterfahrer betätigen Warum so viel? Bisher hat er für einen Auftrag höchsten siebzigtausend bekommen Das ist doch kein Politiker, oder? Sowas mache ich nämlich nicht Ganz und gar nicht Ist es ein schlechter Mensch? Nick lacht, schüttelt den Kopf und betrachtet Billy mit echter Zuneigung Die Frage stellst du immer Billy nickt Der Einfältige mag eine Maske sein, aber es stimmt Er übernimmt nur schlechte Menschen Was damit zu tun hat, wie er nachts schlafen kann Natürlich verdient er seinen Lebensunterhalt damit, für schlechte Menschen zu arbeiten Aber das sieht Billy nicht als moralisches Dilemma an Er hat kein Problem mit schlechten Menschen, die dafür bezahlen, andere schlechte Menschen umbringen zu lassen Im Grunde sieht er sich als Müllmann mit Waffe Er ist ein sehr schlechter Mensch Na dann Außerdem kommen die zwei Millionen nicht von mir Ich bin hier nur der Mittelsmann und kriege, was man als Maklergebühr bezeichnen könnte Die kommt übrigens nicht von dir, sondern ist extra Nick beugt sich vor und verschränkt die Hände zwischen den Oberschenkeln Mit ernster Miene blickt er Billy tief in die Augen Der Typ, über den wir reden, ist ein Profi Wie du Nur fragt er nie, ob es um einen schlechten oder guten Menschen geht Solche Unterscheidungen trifft er nicht Wenn das Geld stimmt, übernimmt er den Auftrag Nennen wir ihn fürs Erste einfach Joe Vor sechs Jahren, vielleicht sind es auch sieben, das ist jetzt egal Hat er einen 15-Jährigen umgelegt, der gerade auf dem Schulweg war War der Junge ein schlechter Mensch? Nein Er war sogar ein besonders guter Schüler Aber jemand wollte seinem Vater eine Botschaft senden Der Junge war die Botschaft Joe war der Bote Billy fragt sich, ob die Geschichte wahr ist Möglicherweise nicht Sie hat so etwas Märchenhaftes an sich Aber irgendwie vielleicht doch Du willst, dass ich einen Killer umlege Als müsste er sich das klar machen Genau Momentan sitzt Joe in Los Angeles im Bau Im Man's Central Jail Die Anklagepunkte sind Körperverletzung und versuchte Vergewaltigung Letzteres ist einigermaßen komisch Falls du nicht gerade auf politische Korrektheit stehst Er hat eine Schriftstellerin Eine feministische Schriftstellerin Die zu einer Tagung in L.A. war Für eine Nutte gehalten Hat ihr wohl einen ziemlich unsittlichen Antrag gemacht Worauf sie ihr Pfefferspray rausgeholt hat Er hat eine solche Säge Und das hat eine so eine Säge Verbindliche Stolven Entspannungsmach librarian